In diesem Video des HZ-Produktmanagements stelle ich euch den Akku-Winkelschleifer 92337 von HZ vor. Er verfügt über ein ergonomisches und kompaktes Gehäusedesign. Ein zusätzlicher Handgriff liegt dem Gerät bei. Dieser kann einfach und schnell an einer beliebigen Seite des Winkelschleifers montiert werden. Der extrem flache Kopf mit niedrigem Winkel ermöglicht auch das Erreichen von verwinkelten und engen Stellen. Zwei werkzeuglos zu verstellende Schutzhauben für Trenn- und Schrubbscheiben befinden sich zudem im Lieferumfang und lassen keine Wünsche unerfüllt. Für höheren Komfort und Arbeitssicherheit sorgt der sanfte Anlauf des bürstenlosen Motors, wobei ein versehentlicher Motorstach bei Akkuwechsel trotz gedrückten Auslösehebel verhindert wird. Sobald der Akku-Winkelschleifer angelaufen ist, bietet er eine konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten und erreicht bis zu 8000 Umdrehungen pro Minute. Bei starkem Drehzahlverlust stoppt das Gerät direkt, um Beschädigungen und Verletzungen zu verhindern. Auch dieses Feature unterscheidet den HZ 92337 von anderen Geräten am Markt. Darüber hinaus wird der Motor beim Abschalten des Gerätes innerhalb von zwei Sekunden sanft gestoppt und verhindert so das unbeabsichtigte Lösen der Scheibe sowie ein Verletzungsrisiko durch das Nachlaufen. Ein Mesh-Gewebe schützt den Motor vor Verschmutzungen wie zum Beispiel Spänen, die beim Schleifen und Trennen entstehen. Dieses Gewebe kann werkzeuglos zur Reinigung entfernt werden. Um direkt loszulegen, bietet HZ drei verschiedene Sätze an Trenn- und Schrubbscheiben. Einen Satz mit 5 Trennscheiben, einen Satz mit 25 Trennscheiben sowie einen mit 10 Schrubbscheiben. Dazu könnt ihr den Akku-Winkelschleifer in zwei verschiedenen Sätzen erstehen. Den 92337 mit einem 5 Ah Akku und einem Ladegerät im Kunststoffkoffer und den 92337-4, der zwei 5 Ah Akkus enthält. Zudem ist das Grundgerät ohne Akku und Ladegerät erhältlich. So ergänzt es optimal euren bereits bestehenden Akku-Werkzeugsatz. Dabei ist der Winkelschleifer auch mit allen weiteren Akkus aus dem HZ-Produktprogramm kompatibel. Safety first, ohne Abstriche bei der Kraft. Das ist der Akku-Winkelschleifer 92337 von HZ.